Herzlich Willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin über meine Möglichkeit der Mut. So. Ziehen wir jetzt immer so durch, würde ich sagen. Und machen wir gleich auch mal zwei Schnitt quer und dann sind wir weiter. Einfach mega gut. Ich drücke immer auf den Blinker. Ich habe heute einen Blinker-Fetisch. Aber man sieht ja, weil ich gestern in der Folge über Streaming geredet habe, also über Streaming Gaming. Alleine wie sehr dieser Server schon am Arbeiten ist, um den Pink wahr gleich zu halten. Man sieht einfach wie sehr es schweigt. Man sieht einfach wie sehr es schweigt. Juhu. Funktioniert alles total los. So, wir machen das Feld dann auch noch als Auftrag. Und ich denke, dann sollte ich mich mal zu unserem Hof begeben und mich dann mal gucken, wie weit unsere eigenen Felder sind. Weil das ist jetzt das dritte Feld, was wir dann wegmalocht haben. Man muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir dieses Kühn-Paket gekauft habe. Und für uns selber eine super Sache, weil ich üben und Säden gleichzeitig kann. Aber ich glaube, für die Aufträge eine reine Katastrophe. Also, gefühlt. Hm. Müssen wir mal gucken, wie wir das Handhaben. So, wer steht nämlich hier? Unser Johnny. Ja, ich muss ja noch ein Stück fahren. Ich muss eigentlich bis hier hin. Hier sind wir angefangen. Hier. Okay, haben wir nichts. Ja, wenigstens hier schon mal jemand. Wollen wir da mal reinfahren? Ich hätte nur einen Knopfdruck entfernt von mir. Oh, ja, das war sehr typisch. So. Oh, die Sprache. Was mache ich denn jetzt hier, Alter? Aber ich gehe da auf die Nummer. So. So, dann gibt es saures. Wieso wollte ich den Mähen? Also, ich wollte ihn wirklich ausmachen, der Mähener, Schatz. Statt selbst an da hinzufahren. Wunderbar. Machen wir mal die kleine Sau. Ja, das macht mich schlau. Da, 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 da. Wunderbar. Röhrchen einfahren. Schneidewerk anmachen. Das sind die Aufgaben, die ich heute tätige. Wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses nach links und rechts, das gefällt mir immer noch ein bisschen. Alter, ich fahre mir eine Scheiße zurecht. Ähm, mit Maus, ne? Also ich kann das jetzt hier übers Lenkrad auch machen. Aber irgendwie finde ich es über Maus wirklich angenehmer. Oder es ist einfach nur eine dummige, äh, bürselige Angewohnheit noch. Die, 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 die. Hier. Hier. So. Na, was? Jetzt haben wir lange mit Jam noch gesessen, Leute. Und dann so. Boah, ich freue mich mega auf LS. Schön mit Lenkrad spielen. Das ist wirklich so. Das ist so ein anderes Spiel. Kauft euch alle Lenkrad wieder. Echt. Unfassbar gut. Macht einfach Laune. Es ist viel, was runterkommt, ne? Wenn ich überlege, dass das Raps ist. Ist das schon, äh... Ne gute Ansage. Wenn sie das erhöht hätten, die Menge. Jetzt einmal hin, einmal zurück. Schaffen wir jetzt gleich auf jeden Fall nochmal. Wir sind bei 62%. Aber man muss klipp und klar sagen, das ist schon viel. Aber was runterkommt, hat schon, äh, was zu sagen. Und da ist er wir jetzt noch mal hatten. Aber man kommt echt gut rein. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich so... Ist das jetzt, glaube ich, dritte... Dritte Folge. Also ich brauche wirklich so drei Folgen, um mit dem Lenkrad wieder reinzukommen. Ähm. Nicht wahrscheinlich daran, weil ich jahrelang wirklich wieder ohne gespielt habe. Was eigentlich dumm. Einfach nur dumm. Das muss man ganz klar sagen. Und dann versuche ich auf jeden Fall Drive-Control und so zu haben, dass ich dann wirklich Vorwärtsgang, Rückwärtsgang einlegen kann. Das wäre nämlich auch noch ziemlich nice. So kann ich nämlich dann auf der Bremse es dann bremsen. Was es jetzt ja auch ist. Also ich bremse auf der Bremse. Und wenn du rückwärts fährst, fährst du in dem Sinne mit der Bremse rückwärts. Ja. Das muss man dann halt mit Drive-Control so ein bisschen umstellen. Und dann funktioniert das in mir auch. Also wenn ich mir jetzt die Schneidegröße angucke und bis jetzt die Felder angucke, muss ich sagen, eine Nummer größer brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Aber dann bis Ende im Gelände. 13 Meter brauchst du hier für die Felder nicht kaufen. Fährst du zweimal bis runter. Bei einem Bullshit. Jetzt war ich rückwärts auf der Bremse, in dem Sinne eine Bremse dann mit dem Gas. Was das geht, das ist okay. Also gewöhnt man sich schnell dran. Aber wenn man Drive-Control hätte, wäre es natürlich schon ziemlich nice. Nur mal gucken, was wir da uns einfallen lassen können. Aber erstmal alles so lassen. Erstmal drauf klarkommen. Richtig. Wie gesagt, Leute. Ich spiel dann einmal in der Woche NS und das war's dann. Wunderschön. Wunderschön. Was ich zur Zeit noch komisch finde, ist, dass jetzt ja Uplay komplett Steam ignoriert und geht nach Epic Store. Also ich hab ja nichts gegen diesen Epic Store. Aber man vergisst, wer Steam ist. Das ist meine Meinung. Und wenn Steam diese Idee mit dem Steam-Plattformen gehabt hätte, kann man schon sagen, wäre der PC ausgestorben. Ja, was im Gaming-Bereich zu tun hat. Und das ist ziemlich traurig, dass die eigentlich alle nur abkupfern und der Rest einfach ignoriert wird. Was da mit Geld im Hintergrund läuft, Leute, interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, also... Darauf will ich gar nicht in den Eingang... drauf eingehen. Sondern was für mich einfach relevant ist, ist einfach, dass ich es eine Frechheit finde, dass man denjenigen, der den PC eigentlich weiterhin mit gefüttert hat und groß gehalten hat, in den Arsch getreten wird. Finde ich nicht so richtig. Aber Konkurrenz belebt das Leben. Nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Außerdem finde ich den Launcher von denen voll hässlich. Aber das ist meine Meinung. Ich mag den echt nicht, Leute. Also das ist jetzt mal kein Flachs. Ich war da gestern drauf, um dieses Secret... Secret Factory mir anzugucken. Und... Ja. Aber ich mag diesen Launcher einfach nicht. Keine Ahnung. Ich finde den so unfassbar unübersichtlich. Oh ja. So ist es halt. Aber was ich bei Uplay sowieso nicht verstehe, oder bei vielen Spielern, wer kauft sich bitte dann jetzt mal Visa Division, was ja auch bei Epic Store ist, bei Epic Store und nicht bei Uplay. Das macht für mich keinen Sinn. Weil wenn du ein Uplay-Spiel beim Fremden kaufst, startest du es über einen Epic Launcher, dann startet der Uplay Launcher und dann startet das Spiel. Soll ich euch eine ehrliche Antwort geben? Das ist Schwachsinn. Kauft eure Spiele da, wo sie wegkommen. Aber gut. Kurzer Satz. Kurz im Sinne. Wir hören uns morgen wieder. In alter Frische. Ich mach jetzt natürlich jetzt noch weiter. Aber trotzdem. In alter Frische. Bis morgen. Tschüss.